Hallo, da sind wir wieder. Limbo, immer nur singing in the rain. Und weiter geht's. An der Stelle, wo mir die Eingebung gekommen ist. Also, wo ich hoffentlich jetzt die Eingebung hatte. Ich finde es irgendwie lustig, die Spielwelt drehen zu können. Aha. Arschlecken. Arschlecken. Ich war das letzte Mal einfach nur zu langsam. Schmetterling, Vogel. Komm, komm her. Schmetterling, Vogel. Fogel. Komm, komm, kom, Vogel. Ich will nicht in diese Richtung laufen. Deswegen laufe ich ganz langsam, dass es sich hoffentlich irgendwann anders überlegt. Komm, du machst schon. Ich will nicht in diese Richtung. Nein! Überlegst du dir jetzt anders? Das ist nicht witzig, ja? Lauf ich halt noch ein Stückchen. Da brennt einem das Hirn. Ich habe Hirnbrand. Das ist nicht witzig. Komm. Komm. Hier. Ich mag diese Fische. Aber hinten gibt es, wenn ich mich nicht täusche, einen Pudi. Nein! Okay. So war es nicht gedacht. Das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig. Verdammt! Aber ihr wisst, ihr wisst, was ich vorhabe. Denk ich mal. So. Nein, so war es auch nicht gedacht. Ich glaube, hier gab es ein Achievement. Wenn ich mich recht entsinne. Jawohl. Umkehr. Umkehr. So. Hier weiß ich sogar, wie es funktioniert. Aber das war nicht gut genug. Ach, das war nicht gut genug. Kaum. So. Nein! Nein, so nicht. Also, ihr seht schon. Ist manchmal nicht ohne. Äh. Der Hochkommen ist einfach. Aber danach ist es schwierig. Man muss das richtige Timing abpassen an dieser Stelle. An diese erinnere ich mich. Wie das ja so manchmal ist mit dem richtigen Timing, ne? weiter hochkommen ist kein Problem. Auf das erste Zahnrad. Aber da muss das andere sich andersrum drehen. Aber da muss das andere sich nicht machen. Ha, 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 ha. Geht doch Jetzt hier stehen bleiben ist Wie ihr euch vorstellen könnt Ungesund, also machen wir das nicht Ne, das lassen wir mal schön sein Wozu das gut ist, weiß ich jetzt nicht Da werde ich den Strom für brauchen Hm Hm, Sauna, hm Wenn ich sage, hm, da meine ich auch Hm 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 Ah. Verdammt, wie geht denn das? Das ist eine gute Frage. Haha, und jetzt an diesen Schalter nehme ich an, yeah, groovy, ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier eine gesunde Fahrt ist. Ja, so oder so ähnlich, was muss denn jetzt? Okay, so oder so ähnlich, wie ich gesagt habe. Okay, so oder so ähnlich, ne? Ja, also zumindest den Sprung schaffe ich schon mal. Wetten jetzt, jetzt, jetzt gleich habe ich das richtige Timing, aber dafür sitzt der Sprung nicht mehr und ich lande auf dieser Scheiß. Das würde mir aber auch wahnsinnig helfen, wenn ich was sehen würde. Da gibt es übrigens ein Achievement, nicht mehr als fünfmal sterben. Das will ich mal sehen. Bestimmt hat er es irgendwie geschafft, aber ich bin da nicht gut genug für, glaube ich. Oder ich habe nicht die Muße, das Spiel häufig genug zu spielen dafür. Okay. Hey, wie soll ich denn das schaffen, ihr Leute? You try kidding me? So, wie lange braucht der, wenn der hier losrollt? Ja, okay, könnte vielleicht machbar sein, wenn man das richtig knapp macht, ja? Fuck, du, 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 ihr kleinen geleckten Wisschen, ihr. Ups, das war zu früh. Autsch. Ah, das ist auch nicht so gut gewesen, ne? Ah, das ist auch nicht so gut gewesen. Das wird wieder nix. Ey, wie soll denn dieser verdammte Kack gehen? Okay. Darauf muss der erst mal kommen, hä? Haha. Oh nein, das war vielleicht nicht so die beste Idee. So lange wie möglich oben stehen bleiben. That will do the trick. Maybe. Man sieht aber auch so verdammt viel hier. Okay, das war vier zu schnell. Über sieben Brücken musst du gehen, mein Freund. Über sieben Brücken. Okay, diesmal warte ich auf das Licht. Ja, ich muss hier schön bleiben. Ha! Und jetzt? Schiebe ich da runter. Ja? Fine. Das sieht doch schon besser aus. Eternal darkness, my friend. Eternal darkness. Oh nein! Eine Selbstschussanlage. Eine Selbstschussanlage. Komm, wir probieren mal, was da passiert. Okay. Ich fand's lustig. Irgendwie. Und was ist, wenn ich hier runter springe? Was ist das? Nö, mei, da bin ich ja auch tot. Das hier was scheiße ist, das ist. Das ist ja scheiße. Selbstschuss unlocken. Ihr möchtet mich verorschen, oder? Selbstschuss unlocken. Was ich nicht lache. Okay, wie kommt man durch diese scheiße Anlagen Selbstschussgeräte? Okay. Haha. Ey, Alter, ich bin so gut. Da muss der erst mal drauf kommen, ey. Okay. There is a box. And there is another box. Wow. Wow. Ah, fuck you. Wow. Oh! Nein! Ja, nur. Hmm. Ich mag es nicht. Na ja, hoch komme ich. Nicht. Ich fröre es mal ganz anders aus. So. So. Ich probiere es mal mit Anlauf. Ja. Geronimo. Oh. Oh. Wie kriege ich diese Gott verdammte Kacke da hoch? Oh. Goddammit. Hm. Oh. Oh. Geht er hoch jetzt? So schon mal nicht. Verdammt. Wie kriege ich diesen Mist da hoch? Leute, helft mir mal. Wie kriege ich diesen Mist da hoch? Das ist doch echt nicht schön. Wie kriege ich den Mist da hoch? 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 Ey, Moment mal. Du warst doch noch gar nicht da. Wie kriege ich den Mist. Wie kriege ich den Mist da hoch? Hm. Hm. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Hm. Oh ja. Ich habe voll die Idee. Wie gut die ist. Es wird sich natürlich noch zeigen, aber... Ich will diesen Part nicht so beenden. Es muss machbar sein. Nein. So. Haha. Haha. Das könnte gehen. Na, könnt ihr mal sehen. Ganz so blöd bin ich dann doch nicht. Es dauert manchmal länger, aber auch dieses Problem hätten wir gelöst. Na, kann man hier wieder nach unten steigen. Na super. Und jetzt? Jetzt geht es hier nach unten. Und was sagt mir das? Oh, da gibt es vielleicht dieser Karte. Was sagt mir das? Schwierig zu sagen. Was passiert denn da? Wenn ich... Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. So. Jetzt schiebe ich dich noch mal da hoch. Ja. Fein. Fein. Und jetzt kletter ich hier hoch. Auch fein. Ja, ja, ja. Ist ja lustig. Ist ja durchaus lustig. Gut. Da würde ich aber noch nicht da hochkommen. Oder? Nein. Aber auf die Kiste drauf komme ich. Alter, auf diese Ideen muss man erst mal kommen, ey. Was für kranke Arschlöcher ihr seid. Aber so richtig schlimm. Ja. Hehehehe. Töne mich lauf, ne? Oh, 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 ein Aufzug. Okay. Warum die Kiste da hängt, weiß ich nicht. Ha, ha, trickser, trickser, Junge. Ah, okay. Yeah. Ey, das Ding nehm ich mit. Lalalala, lalalala, lalalala. Interessant. Lustig. So was lustiges aber auch. Oh, fuck. Die Kiste habe ich für hier gebraucht. Na, sag mir das doch mal, einer. Ja. Äh. Ja, oh, scheiße. Wie mache ich denn das am blödsten? Weil auf das Gedöns komme ich drauf. Das ist kein Problem von der Kiste. Aber wie geht denn das auf der anderen Seite? Weil auch das ist kein Problem. Ach, ich darf nochmal schießen weiter. Hä? Äh... Ja, das würde ich jetzt auch noch schaffen. Was ist denn da? Hm, keine Ahnung. Da ist hier noch irgendwo so ein Kistengedöns. Keine Ahnung, welcher Idiot mich da anskypt. So. Äh... Äh... Gucken wir doch mal, was es hier hinten noch so gibt. Hier war ich einfach gar nicht. Oh, ein Schmetterling. Hurra, 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 der Schmetterling mit dem roten Haar. Hurra, hurra, ich Schmetterling jetzt da. Ey, lasst mich in Ruhe. Ich muss echt... Ja, das steht mal schon auf Offline. Was soll eigentlich die Scheiße? Ach, wisst ihr was? Das machen wir beim nächsten Part. Wir haben ja schon die halbe Stunde schon lange geschafft. Dann würde ich sagen, haut rein. Vielen Dank für's Zuschauen und tschüss.